so und da sind wir wieder bei einer weiteren folge diggis adventure schön dominus spielen in den rätselgewirben des hohs wir werden das rückwärts spielen und zwar aus dem grund dass wir das anders nicht machen können weil wir können hier nicht doch wir können hier raten wir können hier raten alles gut alles gut wir kennen ja mittlerweile jetzt die zahlen durch das tolle durch die tollen hinweise unten blau ist 1 rot ist zwei braun oder das was sie gerade schiebe ist drei und das weinrote ist dann noch mal vier so nummer drei kommt hier noch mal hin kommt sogar noch mal hin da ja da da hier da wo ich die gerade drauf stand das machen wir auch gleich mal und dann muss auch woanders noch drei hin so hier muss dann 1 2 hin die schön feurig rot ist dann haben wir oben schon mal alles fertig hier muss noch eine 2 hin macht mit golem natürlich schon ein bisschen mehr spaß müsst ihr dann eine 4 hinkommen ja gehe ich mal von aus wenn die so liegen das heißt da müsste dann auch noch eine 4 hinkommen genauso wie da drunter ein 3 war das braun ja und die blau ist das 1 alles gut easy easy peasy ist ja noch nicht so schwierig drei spielchen gewesen tic tac toe dame und domino und da habe ich auf jeden fall als kleine belohn schon einmal ein paar kisten na die nehmen wir uns doch gleich mal mit holz 11 holz 100 münzen 10 steine 100 münzen ein gem 100 münzen und noch mal ein gem 100 münzen sehr gut völkerwahl naja keine ahnung sudoku ahja ergänzt sie die fährenden zahlen von 1 bis 4 so dass jede zahl immer nur einmal je teilbereich rote quadrate unter niederspalte und zahl erscheint gut sudoku kenne ich mittlerweile also kenne ich oder ja ich kenne es das ist auf jeden fall ein sehr cooles spiel kann ich ja doch ist ein bisschen spiel aufgabe spiel kann ich auf jeden fall nur empfehlen gefällt mir 1 2 3 4 habt ihr die vielen gepackt da in jeder zeile und jeder spalte und jedem quadrat darf halt jede zahl nur ein einziges mal vorkommen deswegen ihr seht hier habe ich die 1 hingesetzt weil hier unten schon die 1 drin ist das heißt auf die unterste konnte keine 1 mehr das heißt die muss hier oben hin und in dieser eine eine spalte eine ja hier haben wir eine 1 eine 2 eine 3 das einzige was mir fehlt ist eine 4 also muss eine 4 hier unten hin eine 2 packen wir mal hier unten hin dann hier 1 2 die hier fehlt 3 und 4 1 2 die 3 fehlt dort oben links da oben dann haben wir nämlich 1 2 3 und 4 also auch wieder alles richtig und ja gut 4er sudoku ist halt billig normalerweise spielt man uns doku mit 3 x 3 oder es gibt auch noch schwieriger ist aber daran habe ich mich auch schon lange nicht oder nicht wirklich getraut das macht da noch nicht wirklich spaß wenn man nie was lösen kann ich bleibe lieber bei den 3 x 3 so dokus wir sind okay sondern 234 oben für seine firmen ja aber hier so 2 x 2 fälte sind wirklich relativ einfach kann man sogar ein x was mir ein reinsetzen konnten gewinne das dicktriss spiel okay das ist 8 tetris dicktriss tetris ergänze die fehlenden teile so dass sie sich miteinander verbrauchen ok ja gut das ist ja es ist ja billig das ist ja wirklich nicht nicht so schwer haben mich interessiert wo denn die blauen fehlen aber das ist cool gemacht das ist wirklich sehr cool machen sieht auch regel richtig geil aus und das war es dann übrigens schon glaube ich doch doch 175 von dreien wo bin ich also wir können es gewinnen sein danach schon das ist ja toll aber der guhle im regel das deswegen sind wir relativ schnell durch weg sind sie so ich würde sagen herum ist hier was aber nein das ist ja hier unten das ist ja leider kann man das ganze ding nicht komplett verschieben das wäre sonst ein wenig zu einfach gehe ich mal von aus kann man hier beim echten täter sagen nee du solltest das jetzt mal anders herum anordnen und sofort nach unten ist hiermit ein wenig mehr handarbeit verbunden aber die macht sich ja da gerne die hände schmutzig schiebt die gleich rein und hierfür ja also wenn ihr wirklich stelle ich mir vor wir müssen jedes mal noch jeden einzelnen anklicken für jedes einzelne feld der welche irre werden klick wechseln sie sieht total geil aus dann kommt jetzt nur mal drei hinein und die vierte super tolle tetris musik die sie hat immer noch nicht hinbekommen haben irgendwie mal was rein zu patschen musikmäßig was einfach unglaublich traurig ist ich finde es echt schade das macht das spiel relativ langweilig ich finde da könnten da hätten sie da sollten sie viel früher was machen und hier nicht ewigkeiten warten von uns der ewigkeiten schien die scheiße ja ich meine mittlerweile spielen sie auch schon jahrelang spieler vielleicht gibt es ja auch facebook musik ich weiß es nicht keine ahnung ich habe es nie auf facebook gespielt es ist schon leicht peinlich dass hier keine musik zum spiel ist wo sie teilweise wirklich kohle ohne ende kriegen ich will nicht wissen wie viele leute diese ganze energie regenerations krams zeug kaufen was ja auch nicht wirklich ganz günstig ist auf dauer und davon hätten sich mal ordentliches musikstudio anleihen können um irgendwelche sound effekte zu spielen klack alter ernsthaft jedes mal die blöcke ganz rechts muss nach links und die blöcke ganz links muss nach rechts leckt mich hier säcke aber dann sind wir dann in unserer schatzkiste angekommen dann können wir sie plündern ich weiß nicht ein paar tausend erfahrungen werden vielleicht am bilder wahrscheinlich drin sein und natürlich das werfen auch die vier schatzkisten drumherum wo sicherlich auch noch mal einige gems auf uns warten werden aber die gems mir mittlerweile sowas von egal sind naja klar das ist ein zu wenig gedrückt habe mit den gems kann man sich halt diese ganzen themes theoretisch also diese ganzen spezial mission noch mal freischalten die sie die ganzen die ganzen valentins event oder wie die liga ließen sollte man aber erst dann machen wenn man wirklich eine echt heftige energie regeneration und speicherung hat so um zwei bis dreitausend pro stunde um auch wirklich also einfach mal um das relativ fiese durch raschen zu können um da dann halt nicht diese mission kaum wobei ich weiß nicht ob man sie stand ja da dass man da wieder auch nur begrenzte zeit hat dass man dann nicht jams bezahlt 28 tage später ich habe nicht alles geschafft das wäre natürlich sehr 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 schade so die schatzkisten hat den bonus für das lehren der gesamten örtlichkeit kannst du ja mal schlägen von der erfahrung so man fischchen kohle und da haben wir zwei gems ein bisschen zeugs und noch mal zwei also vier james also sechs james gab es hier glaube ich dann nicht schlecht in ordnung damit haben wir die rätsel gewerbe des horos abgeschlossen ich werde sie später mal hier haben wir so ich werde sie später alle natürlich klären vielleicht mache ich das auch mit euch zusammen weil das alleine einfach langweilig ist auch am handy hups ähm ja Bastards Irrgarten haben wir das nicht fertig gemacht? ne haben wir nicht anscheinend nicht haben wir das nicht fertig gemacht hier haben wir irgendeine mission finde ein Bastard Ball goldene Garnrolle in Bastards Irrgarten naja ich würde sagen ich hasse ihn so sehr dass er einfach mal uns mega verarscht und wir einfach nicht da hinten hinkommen bäm ähm selbstverständlich äh müssen wir uns hier nochmal außen rumgraben da geht es nicht lang da geht es nicht lang hier ging es auch nicht lang hier oben ist der einzige Weg gewesen fies sehr fies und die Frage ist wie komme ich jetzt da ran wo ist der Hebel? Den habe ich gedrückt der Hebel war gewesen für die Gitter glaube ich das heißt es muss noch einen anderen Hebel geben er wird mich da verarschen oder? gut gehen wir mal zum Anfang noch haben wir einen kleinen Geschwindigkeitsrand den können wir noch ganz kurz ausnutzen ja ne irgendwo muss hier ein Hebel sein ja daran habe ich nicht gedacht dann ist er da können wir uns zum Hebel durchgraben zack da wird das Türchen aufgemacht und da können wir uns die Bastard Rolle holen ähm ja dran und davon also mittlerweile gibt es immer und immer und immer mehr Erfahrung für das klären jeder Örtlichkeit also zieht langsam an und wenn man sowas sammelt so wie ich es eigentlich vorhatte planmäßig ja wahrscheinlich werde ich das irgendwo mit euch machen weil das einfach allein stinklangweilig ist und dann können wir es ruhig zusammen stinklangweilig abgrasen und einige wollten es auch immer wieder sehen bäm ähm können wir es dann vielleicht irgendwann mal zusammen machen aber meine liebe Freunde bevor wir hier weitermachen erstmal eine ganz kurze kleine Pause sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von Diggis Adventure bis dahin haut da renn ciao